Hallo, du Heirgutsch. Das geht wohl so, oder? Geh mir noch rein. Geh mir noch einen Vortrag rein. Das war der erste. Warte. Der erste Heilboot, erster Tag. Den schmeißen wir gleich wieder rein. Der ist doch ein bisschen klein. Auf dem pinken Räuber-Jig liegt der drunter. Warte, warte, warte. Ja, Junge, hast du noch Lust? Eins, zwei, drei und ab geht er. Alles gut. Das ist gut aus.